Freude kann mir nur gewähren, heimlich diesen Wunsch zu nähren, mich in Träumen zu betüren, mich in Sehnen zu... Ein Amt oder die Literatur? Erniedrigung und ein bescheidenes Auskommen oder die blanke Armut und ein ungebrochenes Selbstgefühl? Die einzige... Kleist, wenn Sie mir doch glauben wollten, ist es nicht gut, dass der Mensch zu tief in sich hineinblickt. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Kleist, doch mich düngt, Sie sehen Ihre Lage gerade um so viel zu ausweglos, als Sie brauchen, damit es Sie niederwirkt. Sie, Kleist, Sie romantisieren alles. Bin ich irre? Heinrich, was träumst du? Mein Retter, wer auch immer ihr sagt, nimmt einer vielfach geschmähten und geschändeten Jungfrau. Ich bringe Sie zum Rheingrafen zurück, dort will ich ihr das Halstuch abnehmen, das soll meine ganze Rache sein. Der Rheingraf fordert im Namen Fräulein Kunigundenz von Toreneck den Wiederkauf eurer Herrschaft Staufen. Wer seid ihr, sprecht. Was ist euch widerfahren? Sie schauderten, wenn sie dachten, dass sie vielleicht von allem scheiden müssten, von allem, was ihnen teuer ist. Das ist ja ein wunderbares Stück von Sinn und Unsinn. Gift, Pest, Verwesung. Gift, Pest, Verwesung. Gift, Asche, Nacht. Kaute, ich das verwirre.